Hi. Willkommen zurück bei DGV. Ich bin Soda Doomsday, mit dabei der Venom. Moin, Moin. Willkommen zurück bei Wolfenstein Youngblood und wahrscheinlich auch die letzte Folge. Denn ich denke mal, wir sind im großen Finale. Also, holen wir uns den Lutter. Mateus. Nein, nein. Oh, noch und noch gefallen. Du anscheinend auch. Aber ich bin ganz runtergefallen. Ist auch schlecht. Erbgenossen. Alter, diese Dinger, gell. Und die Toten, meinte ich auch. Hm, die gehen wir so auf den Keks in dem Spiel. Hallo, könntest du mal die Waffe haben, oder? Lassen wir ja... ...dass wir mal die Missionen looten und so. Gibt es noch was? Ach, hier brauchst du ja. Also, ganz runterfallen ist nicht so klar. Glaub' ich. Aha. Jetzt können wir schon mal solche Türen gefunden haben, wo man den Gottesschlüssel braucht. Bisschen doof. Mal dahin. Ich glaub, ich fängt der nächste Kampf dran. Ich glaub' mir auf dich. Ich habe mir voll in den Kopf geworfen. Alter, hier gibt es irgendwie ein Nest. Boah, wie das ein großer. What? Alter. Hier sind ganz viele Gegner. Den kann ich nicht killen mit der Waffe. Oh, nein. Ich habe da noch nicht erwischt. Ich bin gleich tot. Ist vielleicht kleiner abgenibbelt. Aber nur beinahe. Hier ist übrigens noch ein Herz, den wir öffnen können. So, ich würde mir mal... Bäm. Fürs Finale gibt es ein neues Outfit. Ich habe jetzt nämlich Teufelsrot. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Teufelsrot. Hatte 2000 gekostet. Oh, hier könnte letzte Kampf jetzt stattfinden. Ich glaube gerade da sieht das alles aus wie Boss Arena. Ach. Also vorerst du? Ja, natürlich. Vier Schüsse habe ich gebraucht für die... Ah, ich habe Sorge, jetzt in der Lehmann, muss ich sehen. Gut, ich hab dich gebraucht. Sieh! Oh, der hat mich erwischt. Jetzt werden sie aber noch mal wissen auf dem Fahrstuhl, ja? Die werden sie kommen. Jetzt schon mal ganz oben. Guck den Gegner. Flatter, oder? Ah. Der war daneben. Ich bin so stark, so stark wie ein Gott. Das sehe ich nicht so. Könnte der mal hier aufhören zu fliegen. Oh, die sind ja normale Gegner noch auf dem Dach. Ich werde euch die Widerwerden, die machen gleich. Ach komm, ey. Ich bin gleich tot. Könnte ich nicht mehr? Ich bin tot. Wenn es nicht wiederer in der Luft. Alter, ich blute dich nicht aus. Alter, hier geht ja alles in die Luft Ja, die normalen Soldaten gehen ja noch übelst auf den Keks, ey Treff ich den überhaupt? Ich glaube, das Chat picken muss ich weiter Kein Ernst? Ey Ach komm! Ey Warte Ist auch gestorben Mh, Gott, schau dir Das wollen sie sich aber echt wissen hier, über den sie meinten, das ist richtig asozial Aha Oh schon Wo sind die jetzt hin, da? Ja Kannst ja nicht mit Übel zur Panzerung die Typen hier Wo sonst Ich bin der Einzige, der die Menschheit vor der Apokalypse gönnen kann Oh ja, klar den Laser, natürlich Alter Es war meine Bestimmung, eine neue Welt im Himmel zu erschaffen Was? Also der Typ ist ein bisschen übertrieben, finde ich Alter, meine Waffe sieht ja wirklich Null bei dem ab. Ach Junge, die Elektro war bescheinend ein bisschen zu funktionieren bei dem. Gute Sider ist jetzt. Muaaiiii. Nichts kann den Aufstieg stoppen. Du musst ja hier in der Mitte bleiben. Nein. Sieg den Zetter. Nein. Das ist schlecht. Na warte, ich mach. Ja. Jetzt stirb Junge. Endlich. 65.000 Erfahrungspunkte. Gott ey. Der war ja immer richtig nervig. Ja, mehr Rüstung als Alicantra. Was glaubst du, was du so machst in dieser anderen Dimension? Ich... Ich schreibe mein erstes Buch. Und worüber? Zwei Schwestern. Abenteuer auf der ganzen Welt ist echt verdammt gut. Da weck ich drauf. Und du? Hm. Wahrscheinlich bin ich irgendwo draußen. Den weiten Himmel über mir. Den Wind im Gesicht. Und du? Ja. Und du? Ja. Und du? Ja. Jetzt kommt da. Ich glaub, die lebt nicht mehr. Ja, das ist auch ganz toll. Abby... Mach das nie wieder! Was denn? Den Kerl finden, den dein FBI nicht fand? Scheiße. Wider wie das ein Mösel angekriegt hat ist die ganz schön fit. Na ja. Als ob's nix gewesen wäre. Fürs Erste haben wir den Plänen des Zweiten Regimes einen Riegel vorgeschoben, aber nicht auf Dauer. Wir schaffen das nicht allein. Da muss er natürlich noch eine Fortsetzung geben, ne? Nur mit unseren Verbündeten überall auf der Welt. Warte, heißt das etwa... Ihr geht? Solange wir wechseln, übernehmt ihr das Ruder. Das kriegen wir hin. Ja, das können wir. Unsere Mädels kriegen alles hin. Aber klar, dann. Oh, yeah. Und was jetzt? Jujus und Lothars Freunde in Berlin werden die Stadt nicht verschonen. Wer werden sie erwarten? Gut. Seid ihr zwei so lange bereit für einen Auftrag? Schüss los! Klaut so viel von Lothars und Jujus Technologie, wie ihr könnt. Wir müssen uns vorbereiten. Und worauf? Ihr wisst schon, die Apokalypse. Hey, alles klar. Wenn sich die Nazis in die Luft schwingen, machen wir das auch. Wir werden diese Schweine auf gar keinen Fall gewinnen lassen. Auf keinen Fall. Es fängt bald an zu regnen, Mädels. Ja, das war Wolfenstein und Youngblood. Ja, was sollen wir uns zu dem Spiel sagen? Das Dimmste an dem Spiel sind eindeutig die Gegner spawns gewesen. Du musst ja einfach mörderlich die ganze Zeit spawnen oder genau vor deiner Nase spawnen. Ansonsten ja. Ballern, ballern, ballern. Ich fand's ganz okay, das Spiel. Wo Wolfenstein draufsteht, da ist auch Wolfenstein drin. Ganz einfach. Jo. Dann lasse ich die Kräte erstmal laufen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei DGV. Wobei ich mal gespannt bin, ob jetzt am Ende noch was kommt. Ob es ja ein neues Spiel Plus gibt oder nicht. Aber wir haben ja doch noch einige Türen und Gegenden nicht aufgemacht. Jetzt haben wir uns eine Freude, mit dir das Spiel durchzuspielen, Venom. Und vielleicht sehen wir uns dann wieder im Koop bei Man of Medan. Falls es da Koop gibt, weiß ich, wenn ich noch nicht so ganz glaub. Hm, manche die Läden mit dem auch. Na ja, und zum Ende war logisch, dass sie sich ein Ende offen lassen für eine Fortsetzung. Das würde aber bedeuten, dass die zukünftigen Wolfenstein-Spieler alle ohne BJ sind und seine Kinder jetzt übernehmen. Also müsste jetzt theoretisch jeder Wolfenstein-Titel mit den Zwillingen ja auch immer Koop sein. Theoretisch. Aber ich sehe ja Bescheid. A, 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 A! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020